Hallo, willkommen beim ASAP Institute. Mein Name ist Naomi und in diesem Video möchte ich dir von der Esskultur in Deutschland erzählen. Im Norden von Deutschland gibt es viel Fisch. Im Süden von Deutschland ist das Schnitzel und die Brezel sehr beliebt. Außerdem essen Deutsche viel Brot und trinken gerne Bier. Zum Mittag habe ich heute ein typisch deutsches Gericht gegessen. Bratkartoffeln mit Würstchen. In Deutschland essen wir sehr gerne und sehr viel Kartoffeln. Ich zeige euch jetzt ein paar typische Gerichte. Der Kartoffelbrei, das Kartoffelgratin, der Kartoffelpuffer und der Kartoffelsalat. In Deutschland gibt es viele internationale Restaurants. Zum Beispiel ist das italienische Essen oder die asiatische Küche sehr beliebt. Auch haben wir viel amerikanisches Fast Food. Ich hoffe sehr, dass dir mein Video gefallen hat und dass du etwas Neues über die deutsche Esskultur gelernt hast. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!